eine Ehrenmann eine Freundin ist da, der geht gar nicht was soll Qualitätsbeitrag Beste wie alt ist der? der ist 23 holy shit sehr schön so muss das kann man mal machen wow shiny 1146 boah scheiße das Thema jetzt holy shit Leute ich hab's ich hab's fast weggedrückt yeah das war gut wuhuu shiny hype Leute ja moin das ging ja flott nimm das bauts so schnell muss das gehen nicht hier 65 Tage blöder Sack ey yay ich hab mein shiny wie negro bekommen und natürlich ist das Fenster auf so dass jeder meine Schreie hört so muss das fehlt noch eins ja aber man lässt sich ja Zeit mit dem zweiten ne man macht ja nicht zweimal das gleiche direkt beste Leute beste ja viel mehr kann man da gar nicht zeigen weil das ist jetzt shiny und ja spitzname nein ich mach mal ein Foto oh ne ich mach ich mach ein Foto in der pc box äh wenn ich krowatte in dein Team aufgenommen yeah dann können wir es ja noch e.v trainieren oder oh shiny kind danke für 10 Bits du Lacker ey gönn mir doch mal nach Bautz müsste ich eigentlich 50 Jahre erst mal Lack haben ja also also komm ne ich stopp sie alle ich stopp sie halt alle ne naja ich freu mir ich freu mir aber nett dass wir grad in dem Moment vom Kacken geredet haben als das Schein kam ne das ist natürlich wieder Qualitätspart dann und und wird natürlich nicht mit Werbung gekennzeichnet sein ja ok also Leute so sieht das aus na Garu danke für deinen Host du willst doch nur ein shiny Video gibst zu denn ich hab grad shiny wie nen Necro bekommen 1146 wup wup geil du 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 hm Tamara hat's verpasst so Foto 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 ja Tamara du darfst nie mal zweck von mir gehen du musst immer da bleiben sonst könntest du ein shiny verpassen du 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 Vielen Dank.